Ich wollte gerade irgendwas, ach ja, ich habe jetzt mein Horn des Winters, das ist schön. Ich habe hier nur kaum noch Platz. Hier, Haustierbelegung. Schmeißen wir mal da rüber. Noch Fugelchen auspacken. Ich bin gerade ein bisschen gezappelt beim Anmelden. Wir können jetzt noch mal neu anmelden. Ja, ich nehme eh nicht an. Ach, weißt du was, ich breche nochmal. Wir müssen ja eh auf den Tank warten. Wenn du hier runter gehöpft bist, wende ich nochmal an. Das wirst du ja in der Zeit schaffen, die Quests abzugeben. Was habe ich denn gerade noch bekommen? Habe ich noch mehr bekommen? Wahrscheinlich 1000 Passives. Moment. Ah, ich dachte, die tanzen Rudenklinger hätte ich bekommen. Muss schon richtig laufen. Was hast du denn angenommen hast? Äh, abgegeben hast. Der eine hat zwei Quests. Hm so, kann nicht. Mit einem Löffelchen voll Zucker. Haben sie gerade wieder ihren Dialog gestartet. Drehneigeist, der Totenwächter, tötet Shirak den Totenwächter und kehrt zu dem Drehneigeist. Das Ende ist extra. Tötet extra Malada und kehrt zu dem Drehneigeist. Ach der ist das? Der ist ein Totenwächter? Ach der hier meinst du? Ich dachte hier Malada. Also hier sieht man Malada, den sehen wir später bzw. früher nochmal wieder. Der hat euch Tama halb gepullt. Warum meldet er sich nicht als Tank an? Wahrscheinlich weil ich nur Tank mache. Den hat der Heiler gefehlt und deswegen mussten sie unserer Konstellation klein beigeben. Ja. Ja. Ich denke, der kriege ich hier aus, Moni oder was? Ach so, von dem befahrenen Moment. Warte mir nicht. Warte mir nicht. Warte noch zwei Sekunden. Das ist, weil er so schlau vorgerannt ist, der Typ. Das will ich ja fast aufsetzen, oder? Nee, nicht Nid. Mal looten. Looten ist wichtig. Guggen sind wichtig. Ja, das ist easy, weil die da nicht so weit Partei entstehen, glaube ich. Ich muss allein mein Team mitnehmen. Guggen sind wichtig. Guggen sind wichtig. Guggen sind wichtig. Geil, wir haben mitgekillt. Jeder Mob kann er pick dropen. Oh, no one hit it. Ey. So, jetzt haben wir einen vergessen, weil da hinten einer so spät gespawnt ist. Lol, Blizzard. Die Geister so lange überleben, während wir die Elite so easy wegschnitzeln. Chirac ist, glaube ich, hier so ein Auge. So ein Taddeus. Taddeus, Taddeus. Oh. Das war... Synchron. Das will mal mehr, ne? Mhm. Er hat die Quest. Ja. Wie gehen wir da? Nein, nein, nein. Todesritter. Die beiden Todesritter sind gierig und erregt. Wie quält der Seenpriester? Wütende Geister. Tötet fünf am Boste Skelette, fünf toten Skelette und drei Totenbeschwörer der Orknei. Kehrt dann zur gequälten Seenpriesterin in der Orknei-Krüfte zurück. Das war meine Tür abschließt, damit die nicht wieder alle rein stürmen. Dann wird erstmal die Versuch drei mal auszumachen. Da müssen wir doch gehen in die Tür. Wollen wir sie abschließen? Masturbiert jetzt schon wieder? Das wird nicht trainiert. Ja, das ist wichtig. Ich muss mich selbst damit leiden. Nee, das hätte ich gestern machen können. Heute muss der wieder... Nee, gestern war es Single Awareness Day, abgekürzt mit SAD passenderweise. Und heute ist Single Day oder so. So dumm, wir können uns heute einmal mehr auf die Schulter klopfen. Ja. Noch ein Grund, mich nicht stolz zu sein. Ach nein, nein, nein. Ich sehe da, der hat er immer noch. Mit geigen Humor. Der konnte irgendwas Gemeines. Das weiß ich nicht. Ey, hier geht's. Er ist heilend bestimmt. Nee, ich... War das so schlimm? Das ist schon mal nicht nett, ne? Ah, das ist es, glaub ich. Ey, ey, ey. Er hat uns direkt zum Looten herangeholt. Ah, schade, das... Leder sah aus wie, äh... Nicht Leder. Platte. Komm, bitte stirb. Ach man, warum musst du so gut heilen? Ich hab dich gehalten, nicht ihn. Ja, das ist gut. Ja, das ist... Seine ganzen Schmuckstücke sind auch dran angesprungen. Die Todesritterschmuckstücke, die sieht man ja so schön. Oh, alle die Intelligenz hier, du mir hast er verdient. Oh, ich hab dich wie auch... So'n Kack-Umhang, ey. Jawoll, du siehst auch swaggy aus, endlich. Ich hol mal ein bisschen was. Schon Spaß machen? Ach, ich will ich vielleicht doch nicht. Ich wollte ihn einmal nicht. Ich komm hier so weit. Na, was geht's? Mir schreitet von mir eine Sache. Ich hab' nichts, aber ich hab' nichts. Du bist lustig. Ich hab' nichts mit mir richtig. Ich bin nur noch, der Kack-Ummerlehr. Du bist lustig. Und man habe ihn keine Arbeit. Olli-Unterißler! Gut, ich hab' nichts. Manche sind auf die Schultern. Wir gaten hier jetzt die Mantle, wenn man sich die über die Schultern werfen kann, wie ein Mantle. Like this sir. Erstmal Farmen. Ganz wichtig. Welches Level ist eigentlich der Tod? 66. Wir sind auch 66? Ne, wir sind 65. Zerstörert euch! Oh, der ist auch echt ein anderer Zerstörer. Guck mal wie breit der ist. Boah, Alter. Das war mal eine Speerspitze. Das Ding war keine Speerspitze, das Ding war mal eine helle Bade. Eine ganz eigene. Ah, da ist nur noch eine. Ha. Hat er gerade eine Auge gekriegt, aber mein Adlerauge. Ich bin doch ein Tauro. Ich hab doch ein Kuhauge. Witzig. Das ist halt der super Tauro, ne halt. Witzig. Das ist halt wieder bloß, das hat einfach so eine Kuh mit Adleraugen, ne. Ist ein Versuch wert. Der hat dazu seinen Dekromaten gesagt. Jungs. Ich möchte, dass ihr folgendes ausprobiert. Haben wir einen Jägerball? Ne. Das ist gerade so. Doch, haben wir auch. Okay. Das ist nämlich gerade so ein Multishot. Das hast du richtig gesehen. So auf jedes einzelne Skelett sind so sechs Pfeile zugeflogen. Das war echt ein richtiger Fächer. So Echa. Ex-Arch. Malada. Okay, ich fand von etlichen Damen, dass sie dann halt immer zu ihrem Ex-Freund ihr Ex-Arch sagen. Was ich jetzt verstehe jetzt. Wir waren alle mal mit Herrn Malada zusammen. Richtig nett. Ich glaub der beschwört, äh, hier, Gruppen von uns. Was meine. Ich glaub der Avatar hier droppt auf Hero noch irgendwas. Oder für ein Request oder so. Die es wahrscheinlich schon nicht mehr gibt. Der Ring ist scheiße. Ich, ey, es gibt nur Agi-Ringe. Ich hab nicht einen stärkeren Ring bis jetzt gesehen. Ist mein ernst. Am Super Serial. Gibt's hier keine Abkürzung. Gibt's hier keine Abkürzung. Gibt's hier nachher noch. Das ist toll. Ach Gott. Aus dem Dungeon teleportieren. Zum Dungeon teleportieren. Erstmal am Arm kratzen. So. Drehenergeist. Der Totenwächter. Oh Gott. Wir hätten eh ihre Ruhe zurückgemusst. Das Ende des Ex-Arch. Oder gibt's neue Brustrüstung. Muss ich erstmal gucken wie die aussieht. Nicht für mich dabei. Oh. Genau die, die ich jetzt habe. Nur in Rot. Passt noch weniger ins Farbschema. Ist zwar auch... Naja, es ist eine Devrüstung. Ich müsste halt Sockel reinmachen. Muss aber nicht rausgehen. Wir müssen da noch so ein Stück laufen. Mhm. Also bist schon auf dem Weg. So. Was gibt's noch? Flucht aus Durnhold. Da müssen wir hoffentlich Level Up sein. Damit wir in die Setech hallen dürfen. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas doppelt und dreifach machen. Kann man eigentlich... Wie sieht das jetzt mal aus, ne? Mit... Mit 68 kann man auf jeden Fall nach Northrend. Aber ich glaube in die Terrasse mit der... Bei Gister kommt man erst mit 70, wa? Ich glaube schon. Wobei ich hoffe Blizzard hat es angepasst. Glaub... Glaube ich aber nicht. Jetzt hätten die, äh... Faulwiese sind ja auch nicht, äh... Die Startgebiete der Blutelf und Drenai hin Outland gelassen. Und man könnte da jetzt endlich mal fliegen. Das haben sie ja alles nicht gemacht. Ich vergesse mal, dass ich so einen Sprinten-Skill habe. Apropos neue Skill. 75. Umwandlung, Todesdruck, Todespakt. Apropos, wann kann ich eigentlich mein Ghoul endlich mal beschwören? Neustür. Ich bin schon raus. Ja, ich bin schon raus. Ach, du bist schon raus aus der Endzernsgruppe. Jetzt hätte ich mit denen nochmal... Ne, wir kriegen den Gehtursritter doch gleich eh wieder. Ne, aber ich müsste jetzt mal verkaufen. Ja, hab ich mir gedacht. Vorher gehe ich verkaufen. Na guck mal, hier steht direkt ein Jeeves. Doch nicht. Ne. Ne. Nichts! Zweig. rent.